Im »Sommerhaus der Stars« ziehen in Folge 7 die nächsten nach Rücke ein. »Sommerhaus der Stars«, Serkan Yavuz und Samira Klampfel ziehen ein. Nachdem in der sechsten Folge »Sommerhaus der Stars« sowohl Valentina Doronina, 23, und Ken Kaplan, 27, als auch Gigi Birufio, 24, und Dana Feiss, 26, die Show verlassen mussten, ziehen eine Woche später mit Serkan Yavuz, 30, und Samira Klampfel, 29, die nächsten Nachrücker in die RTL-Ferienunterkunft in Bocholt ein. Auf Instagram äußerte sich Yavuz kürzlich über den Eklat zwischen den Verbanden. Aus seinen Aussagen könnte sich ableiten lassen, dass er mit Alex Petrovic, 32, und Vanessa N. Watu, 23, nicht besonders gut klarkam. Yavuz über Valentina Doronina. Diese Öffentlichkeit ist nicht ohne, ich glaube, dass diese Öffentlichkeit Valentina gebrochen hat. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist man eine absolute, wandelnde Zielschreibe, ob es nun positiv ist oder negativ. Ich liebe Instagram, weil ich so viel Positives zurückbekomme, aber andersrum ist es bei Valentina. Ich glaube, dass sie zu 99% hasserfüllte Nachrichten bekommt und deshalb krasse Schwierigkeiten hat, irgendjemandem zu vertrauen. Und weiter. Deswegen denkt sie, dass sie das weit ertragen und zeigen muss, wie hart sie sein kann. Sie fühlt sich einfach von jedem und allem extrem angegriffen. Ich glaube, dass sie mittlerweile an dem Punkt angekommen ist, an dem sie nicht mehr anders kann. Die Öffentlichkeit macht etwas mit einem. Dieser Druck, jedem sagen zu wollen, was man denkt. Mir tut das extrem leid. Ich finde, dass sie kurz zurückrudern sollte. Wäre er mit Doronina im Sommerhaus gewesen, hätte er sicherlich auch mit ihr diskutiert, so Yavuz weiter. Er könne nämlich selbst nicht den Mund halten. Sommerhaus der Stars schießt Yavuz hier gegen Petrovic und Enwatou. An den anderen Paaren kritisiert Yavuz, dass diese nicht über ihren Schatten springen und den Streit auf den sozialen Netzwerken gut sein lassen. Yavuz. Gleiches mit gleichem Bekämpfen bringt ja auch nichts, sagt er. Und die meisten, die jetzt davon betroffen sind, und auch nicht aufhören wollen, haben es ja auch nicht anders erlebt. Manche von denen haben es ja genauso abbekommen mit diesen Hasskommentaren und sonst was, aber versuchen gerade, Gleiches mit Gleichem zu bekämpfen, was sie eigentlich schon selbst durchgemacht haben. Dass Gigi Rot gesehen hat, weiß er, und dass er sich hätte beherrschen müssen. Das hätte ganz schlimm enden können, wenn der maskuline Mann und Zico nicht dazwischen gegangen wäre. Das klingt nach einer Spitze gegen Petrovic und Enwatou, die nach Temptation Island VIP im Netz hart angegriffen wurden. Sommerhaus der Stars. Laut Vanessa Enwatou zieht kein Frieden ein. Auch Enwatou ließ auf Instagram durchblicken, dass es weiter Stress geben wird, nicht nur eine Valentiner versucht Sendezeit zu bekommen, das kann ich schon mal sagen. Trotz ihres nicht mehr vorhanden Seins wird es nicht langweilig werden. Glaubt mir, da passieren noch Sachen. Manche Leute schneiden sich ins eigene Fleisch. Und weiter. Es gibt so viele, die für Sendezeit alles tun würden, ihre Seele verkaufen würden, Sachen inszenieren, es ist egal, ob sie Menschen damit verletzen, ob sie physische oder psychische Gewalt anwenden. Es ist wirklich alles egal. Man geht in diesem vermeintlichen Business über Leichen. Wir sind gespannt, ob diese Aussagen wirklich auf den nächsten Beef im Sommerhaus hinweisen.